Guten Morgen nach Köln und guten Morgen, Robert Röttgen. Einen guten Morgen. Herr Röttgen, wir haben gerade die Bilder gesehen, Ausschreitungen in Berlin und in Frankfurt. Gestern hieß es im Bundestag in einer aktuellen Stunde, nie wieder ist jetzt. Müssen wir uns trotzdem auf dieses Kräftemessen jetzt dauerhaft auf den Straßen einstellen? Man muss sich darauf einstellen, dass auch Gewalt und Judenhass auf deutsche Straßen getragen wird, sich dort austobt. Und da müssen Polizei, der gesamte Rechtsstaat mit allen Instrumenten, die es rechtlich gibt, glaube ich ausreichend. Das kann man aber auch prüfen. Gibt es noch Lücken, was Straftatbestände anbelangt, Verherrlichung von Gewalt, Befürwortung von Gewalt? Das sollte geprüft werden. Aber ich glaube, wir haben gute Instrumente und die müssen konsequent eingesetzt werden, damit diese empörenden Bilder von Hass und Gewalt auf unseren Straßen gestoppt werden und der Staat alles dafür tut. Blicken wir nach Nahost auf die Lage. Nach Gaza sollen jetzt Hilfsgüter kommen. Dennoch scheint die Lage jetzt erstmal stabil, aber eher reif für die nächste Eskalation? Das ist die große Frage. Ich würde es auch nicht die nächste Eskalation sozusagen, die eine, weil es ja keine Gleichwertigkeit hat, das eine mit dem anderen, sondern der brutale, menschenverachtende Angriff der Hamas unterstützt von Iran, hat stattgefunden. Und jetzt geht es um die Verteidigung, die Wiederherstellung von Sicherheit durch den Staat Israel. Das würde ich jetzt nicht sozusagen als Eskalation auf gleicher Stufe beschreiben. Wie Israel vorgeht, ist eine Frage, aus meiner Sicht erfreulicherweise eine Frage, weil die Bodenoffensive noch nicht stattgefunden hat und sie ist angekündigt worden und es hat sie noch nicht gegeben. Und das spricht dafür, dass Israel das sehr genau plant, ich glaube, sehr gut abwägt, überlegt, welche Risiken man eingeht, welche Schäden man vermeiden kann. Das ist eine ganz gefährliche Lage für Israel, denn reinzugehen. Israel weiß am allerbesten, was das bedeutet. Und wenn man das vermeiden kann, glaube ich, wäre es das allerbeste. Nun gibt es starke diplomatische Reiseaktivitäten. Wir haben gehört, der Premierminister, der britische Richie Sunak wird nach Nahostreisen, auch die Außenministerin, Annalena Baerbock. Was kann denn Diplomatie da noch leisten? Also, dass die Europäer, dass der amerikanische Präsident, der der wichtigste Akteur außerhalb der Region ist, bewirken können, das ist vom amerikanischen Präsidenten abgesehen. Die Europäer, glaube ich, und alle können Solidarität, das ist wichtig, dass sie auf der Seite des angegriffenen Volkes und Staates Israel stehen. Das ist wichtig und nicht zu unterschätzen als Signal. Weil es ja auch die Narrative gibt, dass Israel sozusagen am Ende noch verantwortlich dafür ist. Es ist auch ein Kampf der Interpretationen, der Narrative, ein Meinungskampf, der herrscht. Und darum ist es wichtig, dass die Europäer klare Positionen im Grundsatz beziehen. Ich glaube, im Übrigen ist der Raum jetzt für die Europäer, was diplomatischen Einfluss anbelangt, begrenzt. Wichtig zu sprechen, Aufmerksamkeit zu geben. Die wichtigste Rolle haben jetzt aus meiner Sicht die arabischen Staaten, die den Druck der Straße ganz anders spüren. Wir sehen selbst bei uns sozusagen Gewalt und Demonstrationen. Man kann sich vorstellen, wie das in den arabischen Ländern der Druck der Straße ist. In Jordanien, in Ägypten, die Muslimbrüderschaft zum Beispiel, die doch Druck machen. Und diese Regierungen, die zu unterstützen, couragiert zu sein, nicht in den Chor einzustimmen, sondern für Maß und Entspannung, oder Entspannung ist noch zu viel gesagt, für Maß zu sorgen. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Da kann man auch etwas tun. Genau dieser Druck von der Straße, das ist ja sehr interessant, man spricht ja von der arabischen Straße schon in den Medien, der treibt ja diese Regierung vor sich her. Haben wir denn überhaupt eine Möglichkeit, auf diesen Druck irgendwie einzuwirken? Oh, unsererseits Druck auszuüben. Nicht Druck auszuüben. Aber ich glaube, dass, wenn man nicht sprechen würde, würden die arabischen Regierungen, Präsidenten, Ministerpräsidenten sagen, dieser Westen, dieser Europäer, die haben ja nicht mal nötig, mit uns zu sprechen. Die lassen uns in der Situation alleine. Also das ist, glaube ich, wichtig. Auch die Bilder sind wichtig. Die Sprache der Bilder ist eine eigene Sprache, die bedeutsam ist. Dass sie sich mit Europäern treffen, also mit dem Westen, mit den Verbündeten Israels. Allein das ist schon eine Botschaft. Was sie dann sagen, ist wieder was anderes. Aber allein das Bild eines europäischen Regierungschefs und des Staatspräsidenten, des ägyptischen Staatspräsidenten zum Beispiel. Darum ist es so fatal, dass jetzt das, was stattgefunden hat, in der Nähe des Krankenhauses Tote gefordert hat, dazu geführt hat, dass Biden nun mit dem wichtigen Akteur, dem Jordanischen König, nicht spricht, weil er dem Druck nachgegeben hat. Ich mache dem Jordanischen König keinen Vorwurf. Aber das sind genau die Dinge, die Hamas will. Dass nicht gesprochen wird, dass eskaliert wird, dass nur Gewalt herrscht. Und wenn man, das Wichtigste, glaube ich, ist das Drehbuch der Gewalt, das die Hamas geschrieben hat, Iran mitgeschrieben hat, das muss man durchkreuzen. Das muss man versuchen zu durchkreuzen, durch Gespräch und durch den Versuch, Sicherheit herzustellen und das unbedingte Ziel, Sicherheit für Israel wieder herzustellen, ohne Zivilbevölkerung dabei zu Schaden kommen zu lassen. Es ist im Grunde ein Dilemma, aber mit dem muss man jetzt umgehen. Und nicht nur ein Mitspieler im Drehbuch der Hamas zu sein. Das ist das Wichtigste. Und jetzt die Frage nochmal, bezogen auf die deutsche Regierung, was kann Deutschland da überhaupt tun? Also Sie haben ja auch immer im Vorfeld gesagt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Was kann man jetzt konkret tun, um zum Beispiel das Drehbuch zu stören, das Drehbuch der Hamas? Ich glaube, mit den arabischen Staaten darüber zu sprechen, dass wenn man sich auf das Drehbuch einlässt, so groß jetzt vielleicht auch innergesellschaftlich der Druck ist, dass es nur Verlierer gibt, außer Hamas, Isbollah und Iran. Das muss man sehen. Und das auch den Palästinensern zu vermitteln. Ihr Palästinenser, ihr seid die ersten Geiseln von Hamas. Sie haben dann auch noch andere, israelische und andere Geiseln genommen. Massakriere, misshandeln sie. Aber ihr seid die ersten Geiseln. Es wird gewollt, dass ihr sterbt, weil das der Plan der Hamas ist. Und erkennt alle, dass das alles gegen euch gerichtet ist. Nicht nur gegen Israel. Es ist gegen die gesamte Region gerichtet, mit Ausnahme von Iran, Hamas und Isbollah. Das muss man versuchen, das wissen auch alle. Und das zu durchkreuzen, durch Gemeinsamkeit, durch Suchen von Lösungen, das ist schon ein Prozess, auf den ich setze. Norbert Röttgen, vielen Dank für die nachdenklichen Worte. Und damit gebe ich zurück nach Köln.